Hallo und Willkommen zum Let's Play Torchlight. Es ist die zweite Aufnahme, weil es ist komisch, die erste Aufnahme, die habe ich anscheinend nicht aufgenommen, aber... Flaps hat gesagt, ja, ich nehme auf, aber du hast keine Dateien. Pech für dich. Egal. Ähm, ich habe gerade die Area hier gecleared und habe auch alles erklärt in meinem ersten Video, aber ich erkläre es gerne nochmal für euch. Ich würde jetzt nicht wissen, wer hier gerade spricht. Der Hanka ist jetzt wieder hier und zackt weiter. Ähm, wir haben viel verkauft, wir haben Geld verdient, wir haben alles möglich gemacht. Wir haben einen Boss geklebt, warum ist mein Inventar so scheiße angeordnet, keine Ahnung. Hängt wahrscheinlich daran an der Aufnahme und so alles. Egal, hoffentlich erinnert sich das jetzt bald, wenn ich hier durchgehe. Ähm, gehen wir erstmal drunter. Was ich gesagt habe, ich werde jetzt, ähm, Let's Play Zelda Manage Cap und Let's Play Mario für kurze Zeit pausieren, weil... Warte, lass mal hier einen Kampf machen. Weil mein Gamepad kaputt gegangen ist. Funktioniert nicht mehr, das heißt, ich muss mir ein neues kaufen. Ich habe mir auch eins bestellt, aber es kam bis jetzt noch nicht an. Und das bedeutet, nur so dass man passiert, bis mein neues Gamepad da ist. Nur als Info, damit ihr es verstehen könnt. Warum nichts davon kommt. Und... Und... Oh, wir haben ein großer Boss. Komm, die haben wir jetzt fertig. Boss down! Komm! Bumm! 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 Ruhm! 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 Ich habe noch gesagt, Torchlight wird auch bald beendet. Sieht immer noch so dumm aus. Sieht immer noch so dumm aus. Sieht immer noch so dumm aus. Ich werde vor allem die Gruppen aber interessiert mich nicht. Sieht so, mein Hund macht das schon alles fertig. Was noch? Torchlight wird beendet, weil ich kann nicht mehr alles zeigen. Ich werde zwar privat weiterspielen. Aber... Ihr könnt es... Leider nicht sehen. Das ist nämlich mein Problem. Da ist nämlich der echte Kompass, den ich jetzt lauter Quests suchen muss. Aber ich mache erstmal die ganzen Viecher tot. Damit ich euch noch ein bisschen mehr erzählen kann. Weil... Kann ja nicht sein, dass ich... Schon nach zwei Minuten... Woa 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 woa! Verdammt! Mein Gepäck ist voll! ... ich will jetzt noch ein paar Minuten aufhören zu arbeiten hier, das geht nicht. Und deswegen mache ich dann noch eine Quest, glaube ich, danach. Genau, danach mache ich noch eine Quest, würde ich mal sagen, oder? Ich weiß es nicht. Je nachdem, was ihr... Oh, eine Rolle. Ähm... Ich wollte vergessen, was ich noch sagen wollte. Egal. Was ich noch sagen wollte, hier... Ähm... Nein, das habe ich nicht vergessen. Let's play League of Legends. Wird weitergemacht, natürlich. Ist ein geiles Game. Keine Frage. Und... Wenn ihr mitmachen wollt, kein Problem. Geht mal nach Hause und... Ähm... Ihr könnt gerne mitspielen, ihr müsst mir... Nur... Ähm... Per PN... Euren Summoner-Namen mir geben. Und... Sagen, welches Level ihr... Seid verdammte Kacke, da ist ein großer Boss. Damit ich euch adden kann. Oder... Je nachdem. Und... Damit ich mich mit euch aufnehmen kann, auf jeden Fall. Aufnehmen ist doch auch nicht so eine Sache. Komm, Bross, komm her. So, gleich nochmal mein Heel bereit halten. Hm... 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 Down. So. Haha. Nice. Ähm... Auf jeden Fall. Wäre cool. Warcraft 3 wird auch weitergemacht. Wir tun das 100% voll. Weil das ist... Eines meiner Lieblingsspiele. Das ist, glaube ich, das erste Spiel gewesen, was ich durchgespielt hatte. Sonst habe ich immer alle Spiele angefangen... Und nicht fertig gemacht... Und... Blablabla. 690 Gold. Immerhin. Ja, ich habe eine Fall ausgelöst. Mit Absicht. Und auch schon spurtal zurück. Na... Ähm... Ihr könnt mir auch gerne sagen, wenn... Weil ich ja gesagt habe... Das hier, wenn... Bei Torchstein... Wow! Bei Torchstein kann man kaum nur was zeigen. Es ist eigentlich immer nur dasselbe wie der... Alter! Lass mich mal in Ruhe. Ich finde, Torchstein ist besser als Diablo. Das ist aber eine tolle Debatte, die ich mit Grofheim erführe. Was ist besser? Torchstein oder Diablo? Er mag Diablo. Er ist ein richtig geiler Diablo-Fan. Das ist auch ein schönes Deutsch. Er ist ein richtiger Diablo-Fan. Und... Ich mag Diablo mehr als Torchlight. Ich in meinem Fall finde Torchlight besser, weil ich mag diesen Comic-Stil. Und... Ähm... Ich werde es ja, wie gesagt, privat noch weiterspielen. Nur... halt... Hier nicht mehr. Weil... Ich bin jetzt da. Weil... Vorderstufe 10. Das ist geil. Ich bin jetzt da. 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 Danke schön. Man kann nichts mehr machen. Man kann nicht mehr viel zeigen. Man kann... Neue Städte zeigen. Man kann neue Quests machen. Kaufen, verkaufen. Ist wie halt wie... Genau. Ist wie Diablo. Wo besser. Hihi. Und... Ich würde mal sagen. Wir gehen durch das Portal. In die neue... In die Stadt zurück. Und... Geben die Quests ab. Und ich würde mal sagen. Trotzdem... Werde ich das Video hier beenden. Und ich glaube auch das Let's Play hier beenden. Oder? Mal sehen. Das sehe ich dann nicht. Wie grüßt seid ihr? Habt ihr den Gegenstand echt Silberkompass schon? Ihr seid so schnell wie ein Pfeil doppelt so tödlich. Es ist wohl angeraten euch nicht zu verärgern. War es? Ja. Ganz recht mein Freund. Was kriege ich denn von dir? Ah. Nicht gutes. Aber egal. Wir sind eine Stufe auf die Stelle. Vielen Dank. Ansturm mal erhöhen. Falls euch Leute fragen. Warum hat er noch nie Ansturm gemacht? Was kann das Ansturm? Das würde ich wissen. Die Magie auf 6. Ah. Hab ich die Waffe verkauft schon? Ach. Geil. Da haben wir die Waffe. Ja. Ah. Zwei leuchtende Waffe. Das ist so geil. Ich mag das Spiel. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag die. Und. Ich würde mal sagen. Wie verkaufen wir uns das Zeug? Hä? Hallo. Ja. Hi. Ähm. Hier. Kannste haben. Das kannst du auch haben. Das kannst du 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 haben. Das. Ja. Das war's was du haben kannst. Mehr kriegst du von mir nicht. Tschö. Na doch. Die kann ich auch nur verkaufen. Die brauche ich auch nicht mehr. Hi. Schön für dich. Dass du die schönsten Edel und Blutsteine hast. Mag ich auch nicht. Hm. Was sind wir denn noch so für Quests offen? Aha. 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 Ich mach jetzt keine Quests mehr. Ich beende das Let's Play jetzt wirklich hier. Und ich konnte ein bisschen ranzoomen. So sehe ich aus. Jetzt noch. Ich werde wahrscheinlich ein Screenshot oder so hoch posten bei YouTube. Wie ich dann am Ende aussehe. Wenn ich es durch habe. Das wird auch noch lustig wahrscheinlich für euch. Ich würde sagen Torchlight ist hiermit beendet. Ich kann nichts mehr zeigen. Es geht einfach nicht mehr. Es wird nur noch. Andere große Dungeons geben. Wo noch ein paar Zwischenbosse sind. Vielleicht mache ich ja auch noch was dazu. Mit Zwischenbossen. Oder große Dungeons mit Musik unterlegt. Aber nicht mehr mit Labern. Ähm. Nur mal ein bisschen Shows zeigen. Und so weiter und so fort. Aber ansonsten ist es vorbei. Ich freue mich dass ich Torchlight geguckt habe. Und ich freue mich auf. Spielvorschläge von euch. Genau. Die ihr mir schicken könnt. Was ich jetzt. Als nächstes noch machen könnte. Wie gesagt. Ich brauche jetzt noch was zwischendurch. Ich habe jetzt League of Legends noch. Und Warcraft 3 zwar. Wie gesagt. Ist mir noch zu wenig. Und auf die anderen muss ich noch warten. Auf Together Shire muss ich noch warten. Weil Bauwerk noch ein bisschen Zeit braucht. Und. Let's Play Zelda Minish Cap. Und. Mario muss Opposite werden wegen meinem kaputten Gamepad. Das ist auch scheiße. Entschuldigung. Für den Ausdruck. Muss. Ich muss. Ich finde es. Ich finde es nicht gut. Ähm. Wie gesagt. Wenn ihr bei League of Legends mitspielen wollt. Schickt mir euren Namen. Euren Summoner-Namen. Euer Level. Weil ihr online seid. Per. PN. Und. Kommentiert schön. Fleißig. Gebt Darmhof. Favorisiert es. Ihr könnt mich auch abonnieren. Wenn es euch gefallen hat. Einen. Und ansonsten. Freue ich mich auf ein neues Projekt. Ich glaube ich habe sogar. Eins im Auge. Aber. Ich erwarte von euch mal ein paar Spielverschläge. Wäre auch cool. Wenn ihr mir was vorschlägt. Und. Ich zocke es. Und dann sagt er. Das weiß ich. Das habe ich ihm gegeben. Und. Ne. Wisst ihr Bescheid. Also. Man hört und sieht sich auf jeden Fall. Auf dem Kanal Hankorio. Das war der Hunker. Und. Tschüss.